Die Last und der Lastträger Die Last, ihr Mönche, will ich euch zeigen und den Lastträger und das Aufnehmen der Last und das Ablegen der Last. Das hört. Was ist die Last, ihr Mönche? Die fünferlei Objekte des Ergreifens. So muss man antworten. Welche fünfer? Die Körperlichkeit als Objekt des Ergreifens, die Empfindungen, die Vorstellungen, die Gestaltungen, das Erkennen als Objekt des Ergreifens. Dies heißt die Last, ihr Mönche. Und wer ist der Lastträger, ihr Mönche? Die Person, so muss man antworten, der ehrwürdige So und So von dem und dem Geschlecht. Der heißt der Lastträger, ihr Mönche. Und was ist das Aufnehmen der Last, ihr Mönche? Es ist der Durst, der zur Wiedergeburt führt, samt Freude und Begier, hier und dort seine Freude findend. Der Lüstedurst, der Werdedurst, der Vergänglichkeitsdurst. Dies heißt das Aufnehmen der Last, ihr Mönche. Und was, ihr Mönche, ist das Ablegen der Last? Es ist die Aufhebung dieses Durstes durch restlose Vernichtung des Begehrens. Ihn fahren lassen, sich seiner entäußern, sich von ihm lösen, ihm keine Städte gewähren. Dies heißt das Ablegen der Last, ihr Mönche. So sprach der Ahabele. Das Ablegen der Last, ihr Mönche.